Herzlich Willkommen zurück bei Die Sims 4. So in der letzten Folge hat Emilia Bilder gezeichnet, das hier, also Herzgedanke, die Frau mit Hut und natürlich das Bild, nämlich Liebesgedanke. Liebesgedanke passt doch gut ins Schlafzimmer. Ach, genau, die Dusche ist ebenfalls kaputt gegangen. Dann hören wir mal klassisch. Das ist ein bisschen laut, das hier. Okay, Emilia hat gegessen. Ach, Emilia hat schon wieder Geschirr kaputt gemacht. Passt aber nicht. Ja, die Toilette, die Toilette geht noch. Wie ein Champion fieseln, ja? Muss auch mal sein. Ja. Ach, was ist denn das, bitte? Das kommt beim Besten. Aufräumen. Ach, Daniel ist nach Hause gekommen. Hallo Daniel. Schön, dass du wieder da bist. Übte noch ein bisschen. Damit du besser wirst. Mila geht noch ein bisschen schlafen. Was ist was? Geh ein bisschen. Du musst etwas für deine Training. Geh ein bisschen jobben. Jürgen. Emilia geht schlafen. Gut. Sie ist nämlich ziemlich müde. Du riechst war ein bisschen, aber du bist Alisa schwarz. Hier, weiß nicht. Du kannst gleich schlafen gehen, muss aber erst mal kurz ein bisschen joggen. Grab mal das mal kurz aus. Das sieht hier aus wie ein Fossil. Das grabst du mal aus, Daniel, weil wir gerade hier sind. Gibt's noch was? Gibt's noch was? Das ist ein Gänseblümchen. Ach, ich weiß, dass du sowas von mir bist. Na komm, da hat ein Froschbrunnen. Vielleicht findest du ja eine... ... eine Märchenprinzessin. Diese Chrysanthene. Ja. Was hast du aus? Ein Fossil, wie ich mir gedacht habe. Fangen wir mal. Ebenfalls ein Frosch. War auch ein Fossilius. Regimentablagung mit eigenartigen Einschlüssen. Vielleicht bringt es genauer Untersuchung etwas. Na. Ich weiß. Ach. Susu! Oh, sorry! Ja... Ähm. Uh? Uh? Au, sehr! Au, sehr! Oh, sehr! Dann geh du mal wieder nach Hause! jetzt reicht es mit der Musik gut ja bis auf ein Video zu Hause denn wie lange brauchst du denn noch los sind ja ein bisschen schneller 5 am Morgen noch nicht hier gut Duschen kann ich denke mal schlafen so und die beiden schlafen jetzt das ist gut so was kannst du machen du kannst mal ein realistisches Gemälde malen dann repariert in der Zeit die kurzen Dusche dann wenn diese fertig ist dann kannst du mal Bericht nehmen das ist gut ja ja gut denn Bild wird gut werden Wir haben hier eine kleine Bildergalerie. Ach, wie werde ich jetzt in die Pinselstriche begeben? Ja, gut. Jetzt bist du auch mal bald fertig. Ich bin noch nicht ganz. Hunger geht noch ein bisschen, okay. Oh, das ist ja, das sieht... Oh, ich hab gedacht, das ist ein ganz anderes Bild gemacht, als ich gedacht habe. Ja, das ist ein Kunstwerk. Gut. Gehst du mal essen. Dann kannst du duschen nach dem Essen. Ah, noch hier in Pinselstrichen. Wo soll ich noch einen Schmach? Gut. Das ist die... Das ist die... Wunder... Das ist die Wunderlampe. Gut. Das ist die Wunderkanne. Das ist die Wunderlampe. Gut. Na ja, den um ist's... nimm den umarmen. Oh, vadeesh. Oh, vadeesh. So, gut. Ach, das Radio ist schon wieder kaputt, muss ich gleich drum kommen, denn hier... So, gut. Hm, okay, neue Teile bekommen. Das ist gut. So, ja. Okay, den sollten wir auch mal bald in der Unterwerke noch hier platzieren. Hier sieht er gut aus. Gut. Hm, gut, du bist fertig. So, jetzt, warte mal in Heile. So, ein bisschen die Platine wieder richtig schrauben. Vom so häufigen, vom so häufigen benutzen, ist ja schon wieder kaputt gegangen. So, Emilia ist in der Zeit, das ist auch okay. Hm, ich weiß, hier ist so ein bisschen unordentlich, aber es kommt davon, dass Emilia noch ein bisschen sauber machen muss. So. So, mach da, mach ein bisschen sauber, damit hier wieder besser aussieht. Hm, okay. Den kann man da. Den sollte ich auch noch in der Welt platzieren. So, du machst es sauber. Du musst auch noch so dringend auf Toilette. Na gut. Geh du erstmal auf Toilette und danach kannst du den immer noch sauber machen. Gut. Ja. Fast geschafft. Das ist ein Schnurrbart, ui, ein Schnurrbart, das ist ja cool. Ja, das ist ja lustig. Das Schnurrbart kommt dann hierhin als Antiquität. Ja, ernsthaft gegrillt, neuer Verknöpfel, die Kien, eine Zeit lang die Finger von Elektrogeräten lassen. Na, okay. Plündermal die Teile. Hm. So. Der Rest ist Müll. Ah, Bill. Kommst du uns auch wieder besuchen? Äh, herein bitten. Bill, komm doch rein. Ich hab dich gerade nicht bemerkt, mir leid. Frobo-Choose freut mich, dich zu sehen. Komm rein. Hm. So. Mach es dir bequem. Obbischö. Fribono. Na ja, das braucht man jetzt nicht unbedingt. Juma-Mush. Ogen-Chima. Uibes-Yef. Ich habe vorhin in so einer Führung mit. Oh. Oh. Die Träger kommt besser zu tun. Oh. Halle-Show-Webby. For us. Oben. 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 Ach, ich bin ein bisschen gelungen. Ich hatte früher mit dem Taschenrechner begonnen und jetzt bin ich berühmt. Ah, das stimmt. Ah, das stimmt. Ich habe mir geholfen, oder? Oben. 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 Naja, ich muss den Gespräch in der Abwechslung, weil ich noch ein bisschen durch die Gegend wandern sollst. Oben. 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 in den Park fahren die macht Training die wirkt erschöpft dann gehe ich wohl gleich ein bisschen zur Bühne Bäcker gut und du bist auch Möller glaube ich ja gut du kriegst vielleicht Steinchen sind immer gut wer bist du? Janik irgendwas naja ok komm Janik freundlich vorstellen wer bist du? ein oh ich werde sicherlich gleich ein aber du wie heißt du denn? du okay mit mit Hoopa Doom kann ich doch sprechen ne? ja türkis was machst du denn? da ist Pubara Zikuni Jörd Rinka Scheruze Scheruze Tag ich habe einen Schrank und ich bin mal die Gegend geflogen und warum rennt der den Morgenmann warum rennt der den Morgenmann ach ich finde das so bequem und ich liebe dunklen Kaffee das ist lecker ja ich höre gerne ich mache Musik und versuche sie aufzunehmen ich flieg lieber ins Ausland dafür da ist es viel schöner als hier ja Musik das ist wirklich gut Patoor Thibault Ganir Pruba Patoor 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 Ich habe auch eine neue Auto Promann vaccinations und den Auto eine sch барberische Pro eve plank sleds die st43 den gewisse lernte choix ist Annalen der g der es sagt dass er es gehört hat er hat er gehört Du deutest die Schraube neben den Knöchen. Das ist gut, das ist gut. Gut, ein bisschen schneller, damit die nicht alle weglaufen. Gut. Ich dachte, das sei den, den ich da kennen fuhr. Gut. Gut. Ich hab mal ein Dreckung gesehen, oder was doch mit Fledermaus? Ach, ich kann den durch unterscheiden, die beiden Sachen. Da hatte ich mal einen Vogel zu sehen. Nein. Leider muss ich jetzt zur Arbeit, tut mir leid. Ich wollte gern noch weiter mit euch beim Flaudern. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns später wieder. Tschüss. So, denn ist wieder Arbeit und Emilia kann sich mal, kann mal den Stein studieren, ne? Ah, genau. Das ist also ein Schnurrbart. Interessant, interessant. Sieht gut aus, der Stein. Ja, der sieht, gefällt mir wirklich, dieser Stein. Gut. Gut, Daniel ist bei der Arbeit. Emilia studiert den Stein. Wie es weitergeht, werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, viel Spaß und Tschüss.